all right ready für folge 4 selbstverständlich man soll ja immer mit dem hammer start ja wir sollten ja eigentlich unsere ehe retten aber wir bashen uns so ein bisschen gegenseitig in den herausforderungen im letzten part wurde das ziemlich herausgefordert ja ja ich bin mir aber sicher beim nächsten spiel da brilliere ich ja das glaube ich auch dann rüber dann ruf ich thema zurück okay ich glaube es wird für mich nagelschießig und für dich spring ich die idee oder und jetzt soll ich den soll ich den wieder raus sind ja ich habe es geschnallt ich habe es jetzt geschnallt habe es geschnallt rauf springen dann lasst du dich nach vorne ja ich habe auch das geschnallt ja ich habe es jetzt glaube ich wirklich gestalt mag ich jetzt fest sie zurück dann war ich hier rein und dann die andere seite nehme ich an kann ich jetzt nur einen zurück dann kommt immer der zweite zuerst zurück ok macht sie mal wieder die haut auftaucht wunderschön dann wahrscheinlich hier ja da war jetzt ein bisschen eine runde fahren und den anderen ja das gut ich glaube das könnte ich glaube vielleicht ist es die aufwahl dafür bis runter gesegelt oh ja danke bitte bitte was würde ich tun oder gefrein ob ich muss und bis abkriegen vielleicht vielleicht kann ich sobald du den ersten durch hast sehen wieder zurück obwohl sauber gespielt ja wie cool ist das denn und hier was kommt aber auch jawoll jawoll ja perfekt du kriegst noch ein nagel wenn du pfeil möchtest ja gute sache drei neun nagel erhalten eine plattform hoch machen ja ich gucke hier rum aber ich ja da hinten da hinten okay wenn ich jetzt ich dachte ehrlich gesagt das gegen unten aber dann komme ich da rum wie kann ich denn die ok hast du mir hier was ach du scheiße er ruft immer dann muss ich warte mal dann kannst du noch mal kurz von der runter gehen dann starte ich doch am besten da drüben er nimmt er jetzt auch den letzten jahr ok 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 dann sollte das so klappen so so und jetzt muss ich mal den nein er nimmt einfach ok ok das klappt also vielleicht den auf den du ziel du bist einfach gut gesprungen ich ziehe nochmal zurück so ich glaube du musst erst die ganz links machen die ganz links ja und dann damit du soll ich noch herrlichen werden genau ja bereit jawoll und go jawoll und dann ziehe ich den hier wieder weg oder ja ich sollte teilweise früher studieren ja 321 einmal und dann den das sollte klappen und jetzt mache ich glaube ich wieder den da links an genau die linke wand hast du auch kannst so dann direkt in der unten macht man den da drüben hier brauchen wir nicht mehr gehen und zu mir zurück und dann war ich da noch perfekt definitiv also so ein bisschen überlegen muss man hier schon auch es ist nicht einfach und da wirst du merken da bist du mit mir am falschen ort erfährt ich merke wenn es um gewalt geht oder ist das ding über gespannt war der hammer sich an sie erinnert die bösen tool box das wird ja wahrscheinlich nichts bringen aber ich natürlich hat er mich voller keine erwischt jetzt weißt du wie das ist ja 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 ich habe mich wieder belieben kann man irgendetwas machen gegen die name naja du siehst die schatten und kassel ausweichen sind schon ziemlich ziemlich instant die die freunde was nützt uns das muss fixieren irgendwo wieder ich nicht check ich check ich check ich sehe aber nichts ich sehe nichts müsste ich denn dann einfach mal rein die nagelpistole des todes mein freund zu wenig auf die schatten nein nein komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon nägelchen was ich habe hier auf dem werkzeug haben wir das ist weg das ganz ehrlich sein schon mit tastatur maus gar nicht so ja ich habe ich bin dann doch der controller gewechselt die fuchs wir haben aber jetzt mal ohne scheiß also meine ist ein bisschen springen soll können sollte ich ja doch auch machen ob wir doch schon aus dem spiel da geht er die sichere variante ja soviel zu dem wundervor betrefft was ich denke da muss ich nagel ich muss den kurz ausweichen fixieren ja ah ja fix 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 wunderbar nein lady sollten wir darüber gehen ja 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 somhle ich habe sogar den ersten noch vergessen sie nicht so freundlich aus das teil du dachtest der staubsauger war schlimm lage weiß nicht wieso ich das mache aber ich hab doch mal die lage links noch mehr nägel und noch mal weg wieder wahrscheinlich musst du dich dann da irgendwie hoch handeln oder sich das falsch an den nägeln die du okay du musst fahren okay naja kommt jetzt so einmal ziel zu ziehen jetzt hier häkelchen nägelchen aber ja mit genau so ist es er hängt immer noch jetzt ist vorbei ich war aber ich glaube wir haben direkt noch hingekriegt beim hämmern macht er keinen spaß hallo ein schlosses gefällt ihm gar nicht was ist das macht er jetzt noch lächer da rein ich habe bei dir geguckt dich idiot jetzt macht er doch lächer da rein ähm ja genau ja genau ja was ist das für ein werkzeug sag mal geht es bei dir okay okay der arm kommt bei kaufschat kaudi mach einmal fix dieser kleiner dreckiger kommt einfach mit ihm das ist jetzt in die matrix eingetreten ja noch nichts machen außerdem ich bin es loch runtergefallen hallo schatz wie geht's ähm 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 er hat mich auf jeden fall flach gemacht auf ja bis ich war ein bisschen zu spielen glaube ich absolut brillant ich kann doch darüber reden und und drauf für die Mist 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 noch einmal oh oh sehr schön komm schon die letzte auch noch nein jetzt durchslaufen da kommt noch eine säge von unten da kommt noch eine säge von unten ich springe immer ein bisschen zu spät äh ne 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 komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon der letzte hat nicht mehr gepasst äh bald ist nicht mehr viel brett übrig nein 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 wir sind hier nicht mehr und direkt mal eins auf den deckel gekriegt so jawoll nimm das also wenn das spiel man nicht einfach volle kann der geeignet wahnsinn das sind jetzt die netten werkzeiten vor dem ja oh ich werde das scht ja sicher deine Sie sind ein wahr Mann! Danke, Hammer! Hey, was ich? Ich war Teil davon, wo ist mein Mann? Habt ihr gesehen, die Explosion? Anyway, wir müssen immer nach Rose. Oh, natürlich, natürlich! Sebastian, kannst du ihnen helfen? Sie müssen nach dem anderen Seite! Sie müssen nach dem anderen Seite! Sie ist sicher! Sie sind sicher! Das fühlt sich sicher nicht sicher! Es ist sicher! Es ist sicher! Sie müssen nicht ganz klar! Sie sind sehr genau! Sebastian, schlaue es! Sie sind sicher! Sie sind sicher! Oh nein! Sie ist verlassen! Rose, warten wir! Wir haben deine Hilfe! Es ist noch nicht so, was du? Es war doch klar! Ja! Es ist noch nicht so, was du? Es ist noch nicht so, was du? Es war doch klar! Du bist ja cool! Jo! Also, äh, gut gespielt! Na ja! Ich verbeuge mich vor dir! Gut gespielt! Der ganze Ruhm gebührt dir! Es war ganz okay! Auf und. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020